Jetzt. Genau jetzt. Nicht morgen. Nicht, weil Dinge schwierig sind, tun wir sie nicht. Sondern weil wir sie nicht tun, sind sie schwierig oder werden schwierig. Die größten Hürden, die größten Herausforderungen, werden immer dann zu Problemen, wenn wir diese Hürden und Herausforderungen nicht beginnen zu nehmen. Wir können nicht geistig und körperlich daran wachsen, wenn wir sie nicht angehen. Jedes Hindernis weicht deiner Entschlossenheit. Willenskraft ist die Triebfeder für deine Lebensqualität.